Den meisten Therapeuten ist ja klar, dass im Moment eine Massentraumatisierung von Kindern stattfindet und inzwischen habe ich heute erfahren, gibt es den ersten Todesfall. Ein 13-jähriges Mädchen ist offensichtlich in einem Bus kollabiert, hatte die Maske auf und ist in der Folge gestorben. Und das hat natürlich gar nichts mit der Maske zu tun, überhaupt gar nicht, genauso wie es in der Presse verlautet wird. Und niemals sollte man auf die Idee kommen, dass dieser Tod dieses 13-jährigen Mädchens etwas mit der Maske zu tun hat. Wage es ja nicht, auch nur diesen Gedanken zuzulassen. Mir kommt die Galle hoch. Ja, ich bin so voller Wut, ich könnte platzen und ich habe nicht mal eigene Kinder. Und das ist genau die Lösung. Diese Wut ist die Lösung. Und ich wollte eigentlich ja erst in dem Zoom-Meeting ein paar Sachen sagen, was man machen kann oder was ihr machen könnt. Und ich frage mich gerade, ja, warum soll ich eigentlich warten bis Freitag? Ich mache es jetzt schon. Was könnt ihr tun, um euch zu stabilisieren, um euch zu helfen, um mit der Situation irgendwie klar zu kommen? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von einer Lösung, sondern in diesem Setting. Was könnt ihr machen, um eure Situation einfach zu verbessern, dass ihr euch wohler fühlt? Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass es im Prinzip darum geht, die Kinder aus dem Setting rauszunehmen. Das heißt, ich würde in erster Linie dafür sorgen, dass ich die Kinder aus der Schule raushole. Jetzt bin ich kein Experte für diese ganzen rechtlichen und Rahmen-Sachen. Ich weiß nicht, wie das geht, was das für Voraussetzungen hat. Ich weiß, manche machen Homeschooling, da gibt es auch die Freilerner und solche Sachen. Da kenne ich mich nicht aus, aber aus Traumasicht, aus meiner Sicht, gibt es absolut keinen Grund, die Kinder in dieses Setting rein zu befördern, weil der Schaden so groß ist, dadurch, dass das sich mit keinem von dem bisschen sozialen Kontakt, was dann da noch stattfindet, rechtfertigen lässt. Also ich war früher ambivalent der Geschichte mit der Schule gegenüber, einfach weil die Kinder eben dadurch sehr viel Kontakte erfahren. Deswegen habe ich früher nicht gesagt, primär holt die Kinder da raus und seht zu, dass er Homeschooling macht. Aber jetzt sage ich das, jetzt macht es keinen Sinn mehr, dass die Kinder in die Schule gehen. Also Punkt eins, mein Rat oder aus meiner Sicht wäre das Wichtigste, alles daran zu tun, dass die Kinder nicht mehr in dieses Setting müssen, also nicht mehr in die Schule und nicht mehr mit diesen Masken. Das ist das Erste. Dann das Zweite ist, wir schauen oft zu den Kindern, aber die Kinder orientieren sich unbewusst und auch aus biologischer Sicht an dem Zustand der Eltern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Eltern, dass es euch gut geht. Da geht alles los, weil wenn ihr wankt, wenn es euch schlecht geht, könnt ihr nicht dafür sorgen, dass es auch an Kindern gut geht. Das schließt sich aus. Also ihr müsst zuerst dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und das heißt in erster Linie, dass die Wut, die ihr habt, dass die irgendeinen Raum bekommt. Und da würde ich gucken, dass ihr das irgendwie kanalisiert. Zum Beispiel im Keller auf ein Kissen hauen und schreien, ganz basale Sachen, um dem irgendwie ein bisschen einen Kanal zu geben. Das wäre sehr direkt. Es gibt indirektere Dinge wie Sport, ist auch hilfreich, ist aber nicht so direkt wie Schreien, Schlagen und Treten auf dem Kissen. Das ist aber wichtig, weil das ist sozusagen das Festhalten dieser Wut, ist das, was letztlich das Unwohlsein erzeugt. Dieser qualvolle Zustand ist immer etwas, wo es darum geht, festgehaltene Wut und die nicht zulassen dürfen oder Ausdruck über den Körper und den Körper festhalten müssen. Das ist das, was den quälenden Zustand erzeugt. Also Punkt zwei, Wut kanalisieren. Punkt drei wäre, in Räume sich begeben, wo ihr energetisch unterstützt werdet. Und das ist natürlich in erster Linie die Natur. Wer das kann, so viel es geht mit den Kindern in die Natur. Gemeinsam und dabei idealerweise irgendeine Bewegung machen. Ja, also nicht unbedingt unbedingt nur hinsetzen, sondern wirklich mindestens wandern, besser noch Fahrrad fahren oder joggen oder so, ja, weil durch die Körperaktivität wird dieser energetische Reinigungsprozess in der Natur einfach noch verstärkt. Dann ist es ganz wichtig, in einer Traumasituation ist das Erleben immer so, als ob das nie endet. Deswegen ist es wichtig, dass ihr immer wieder euren Kindern implizit und explizit klar macht, dass das irgendwann aufhört, dass das nicht ewig ist, dass das eine Extremsituation jetzt ist. Also immer, immer wieder daran erinnern, dass das nichts Ewiges ist, sondern dass sich das auch verändern wird. Und dass das nicht immer so weitergeht, weil aus dem Erleben ist das so. Das ist ganz wichtig. Das ist auch etwas, was man in der Trauma-Arbeit macht. Ja, eine Möglichkeit, Dinge zu stabilisieren, eine Ressource reinzubringen, ist die Erinnerung daran, dass sich alles verändert, dass sich auch das verändern muss. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr den Kindern, euren Kindern zuhört. Und zwar nicht nur, was die jetzt inhaltlich sagen, sondern dass ihr zuhört, was alle Ebenen kommunizieren. Es kann zum Beispiel sein, dass euer Kind etwas inhaltlich sagt, aber der Körper was ganz anderes kommuniziert. Und jetzt kommen wir halt in den Bereich der eigentlichen Trauma-Arbeit. Das kann natürlich nicht von Eltern geleistet werden, aber wenn ihr zum Beispiel seht, dass, ja, dass da sehr viel Aktivierung ist, ja, die, also wie so ein Motor, der da am Rasen ist, dann guckt, dass er dem irgendwie einen Raum gibt, ja, dass er zum Beispiel dann Sport macht und nicht versuchen, das Kind runterzubringen. Also, ja, dass das einen Kanal bekommt, ja. Und umgekehrt, wenn es in Richtung Erstarrung geht, wenn euer Kind wie aufgegeben hat, dann ist es wichtig, da, dass ihr eine liebevolle, dass ihr einen liebevollen Input da reinbringt und Kontakt herstellt. Also nicht das Kind in der Abschaltung alleine lassen, sondern einen liebevollen, sanften Kontakt herstellen, vorsichtig, langsam, ja, sodass das in Bewegung gerät. Dann das Wichtigste, was uns Sicherheit bietet, ist soziale Bindung und guckt, dass ihr euch mit Gleichgesinnten verbindet, dass ihr Kontakt habt zu Menschen, die genauso wach sind und sei es übers Internet und sei es, wenn ihr telefoniert, ja, vielleicht habt ihr jetzt keine vor Ort in der Nachbarschaft. Guckt, dass ihr Anschluss findet. Es geht gar nicht darum, dass ihr da so viel macht und euch einbringt, sondern einfach, dass ihr den Anschluss zu den Menschen bekommt, die auch unterwegs sind, die auch beim Aufwachen sind, die auch da raus wollen. Das ist ganz wichtig, damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr seid alleine. Und ihr seid definitiv nicht alleine. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Im Kern, was hier passiert, ist, dass es eine Massentraumatisierung gibt durch den Staat und das hat einfach noch eine gewaltigere Dimension. Das heißt, da ist ganz viel Ohnmacht mit verknüpft, einem Übermächtigen, was auch immer, ausgesetzt zu sein und gleichzeitig die ganze Biologie, die das nicht will und die Wut, die da freigelegt wird. Das sind die Komponenten, die man verstehen muss, die im Kern in der Biologie wirken. Ich will jetzt nicht zu weit in die Traumaarbeit rein, aber diese Dinge müssen wir begreifen, weil wir sonst einfach uns schlecht helfen können. Das heißt, was in den Kindern passiert ist, sie werden einer großen Ohnmacht ausgesetzt und gleichzeitig müssen sie die biologische, natürliche und vor allem auch angemessene Reaktion in ihren Körpern unterdrücken. Und das ist eben das, was das Leiden verursacht. Das ist diese Zange. In der Traumaarbeit sagt man, die traumatische Zange besteht aus Lebensgefahr und Ohnmacht und nicht handeln können. Und das ist das, was zu dem Stress im Körper führt. Der Stress im Körper, die ganzen Symptome werden dadurch verursacht, dass diese Wut, diese Gegenbewegung, dass die nicht sein darf. Deswegen ist es wichtig, dass das einen Raum bekommt, auch für die Eltern. Ja, also wenn wir sagen Stress, heißt das, wir halten das fest. Und die Kinder in der Schule müssen es festhalten, die können nichts machen. Und dann lädt sich der Körper auf damit. Deswegen ist es gut, wenn sie dann in der sicheren Umgebung zu Hause da wenigstens ein bisschen von wieder rauslassen können. Das muss man einfach wissen. Es geht um Wut und Hass als Gegenbewegung, Körperaktivität für Kampf und Flucht, die festgehalten werden muss. Das muss man wissen. Das ist wichtig. Und dann gibt es vielleicht für euch, für die Eltern auch einen übergeordneten Kontext religiöser oder spiritueller Natur. Auch das ist eine Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Und da hat jeder was anderes, ja, vielleicht hat jemand sogar Zugang zu höheren Ebenen und hat Erfahrungen, ja, und weiß, da ist noch was, was jenseits von all diesem ist. Vielleicht hat jemand das schon direkt erfahren. Vielleicht ist es aber nur eine Idee oder eine Hoffnung. Ist egal. Es gibt einen übergeordneten Kontext, in dem das alles Sinn macht. Das sage ich jetzt. Und mittendrin können wir das nicht sehen. Dann das Nächste. Beten. Um Hilfe beten. Das sind alles Dinge, die klingen jetzt für den einen merkwürdig. Für den einen ist es alles völliger Hokuspokus. Für den anderen ist es vielleicht nur so ein Psychotrick. Es ist mehr. Ja, es gibt einfach Dinge, die sehen wir nicht mit den physischen Augen. Wir wissen nicht wirklich, was passiert, wenn wir ein Gebet sprechen. So wie jetzt. Vielleicht merkst du jetzt beim Zuhören, dass irgendwas anders wird. Da öffnet sich irgendwas und das sind Kräfte am Werk, die wir nicht sehen können. Gemeinsam beten potenziert das. Das ist wie so eine, man könnte es auch sagen, wie so eine Einladung, dass Dinge wirken können in eurem Leben, die ihr so unter normalen Umständen nicht reinlasst. Ja, ich drücke es mal so aus. Es gibt etwas in uns, das kann nicht verletzt werden, nicht traumatisiert werden. Aber dessen sind wir uns nicht bewusst. Das Ganze hat in jedem Fall auch was Positives, denn es beschleunigt die Bewusstwerdung. Die Menschen werden zur Bewusstwerdung gezwungen durch dieses große Leiden. Und das ist der Vorteil an dem Ganzen. Ja, soweit. Und für mich ist es auch eine Überforderung, muss man sagen, wenn ich jetzt noch Kinder hätte, ich wäre genauso überfordert. Also ich stehe auch nicht über den Dingen. Es ist völlig abartig, was hier passiert. Und man muss sich das auch klar machen, dass das so ist. Das ist völlig pervers und abartig. Das ist nichts Normales, was hier passiert. Das sind auch, kann man sich überlegen, ob da eigentlich wirklich Menschen am Werk sind. Ob in diesen Körpern, die wir da so gezeigt bekommen über die Bildschirme, ob da wirklich überall Menschen drinstecken. Das ist so weit von Liebe, von Wahrheit, von Verbindung entfernt, dass ein normaler Mensch völlig perplex ist. Eine solche Bösartigkeit und eine solche Intelligenz in dieser Bösartigkeit ist für normale Menschen absolut nicht nachvollziehbar. Und das muss man sich auch klar machen. Das ist ein Verbrechen, was hier stattfindet. Und wir müssen uns wehren und wir haben auch ein Recht, uns zu wehren.